ein wunderschönen guten morgen es ist montag der 7. februar 8 uhr 31 mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus dem traders lab training raum wir bereiten uns auf unsere morgendlichen dax trade vor ja wir sehen wir sind bei 15.200 angelangt heute morgen schon gehabt haben wir heute nicht wir werden also 15 207 die erste big number platzieren noch mal hier zum regelwerk wir handeln eine big number jeweils das level nur drei mal am tag das heißt 15 2 handeln wir dreimal dann noch mal zur wiederholung zum regelwerk ab den zweiten trade das heißt wenn der trade nicht direkt in den gewinn läuft mit dem 15 punkten versuchen wir den trade laufen zu lassen und welche zielmarken haben wir dort wir haben einmal die zielmarke 50 so das wäre hier in diesem bereich und dann haben wir einmal in der oberen schicht die den daily p wo der bei fast bei 50 ist dann haben wir big number oben hin und big number unten hin das sind die zielmarken wo wir letztendlich hin wollen wollen die falle wird jetzt hier unten platziert falls der markt rein laufen sollte wenn nicht gibt es noch andere möglichkeiten zum beispiel haben wir hier die grünen boxen die ab 9 uhr zustande kommen nämlich unsere ja obwohl er boxen ab 9 und wo kommt der vorkast ein vorkast 15 2 40 bei 15 12.240 aktuell liegen wir bei 52 15 also das wäre dann auch die nächste möglichkeit jetzt noch mal für alle die in die aufholjagd gehen und etwas höheres risiko eingehen wollen beim box trading das regelwerk bei dem vola boxen von den 9 uhr kurs wenn die vola box 40 punkte drüber oder 40 punkte drunter ist von dem 9 uhr ersten kurs dann würde ich höheres risiko eingehen wenn wir aber direkt also um und bei den eröffnungskurs 10 20 punkte wir müssen das ja zusammen definieren dann würde ich normales risiko eingehen okay das noch mal zur wiederholung die vola boxen treten wir unter 20 mit höherem risiko die blue boxen und bei dem vola box noch mal zur erinnerung die bleibt so lange bis sie nicht mehr erscheint woran erkennen wir dass die vola box nicht mehr für uns relevant ist wenn kein kein button hierzu ist wurde ordern kannst und eine vola box wird einmal in der stunde aktualisiert sodass noch einmal zu den regeln dann kommen wir noch mal zu mtx das ist auch ein trade den wir morgens eingehen und hier fragt sich der eine andere club mitglied carlos wieso trägst du das mit box trading aktuell ja wir hatten ja gesagt wenn wir short gehen nehme ich nehme ich master template x ganz normal wie sonst auch mit einem weiten stopp und zusätzlich box trading und beim long nur box trading jetzt sind wir in beide richtungen denke ich mir sind wir angekommen wo wir beides platzieren können ja und aktuell aber wo der markt so ein bisschen noch nicht tief die 14.850er marke nach unten durchbrochen hat sind wir in so einer seitwärtsphase und ich belasse das auf einen etwas höheren risiko mit den mtx damit fahren wir in den letzten monaten sehr sehr erfolgreich seitdem wir das machen und da muss ich jetzt nichts dran ändern okay dann haben wir kind schon noch mal zur wiederholung gehen schon 10 ist dann auch ein setup ok jetzt gehen wir zum überblick führt auf die märkte wie sieht es aus wetterbericht und wir fangen an beim sitz bitcoin wir hatten donnerstag unser erstes bitcoin webinar ja alle 14 tage jetzt bitcoin webinar immer am donnerstag 10 uhr 5 und wir sehen auf daily gibt es ab morgen ein long setup im bitcoin wir sind bei 42 1732 so wie gehen jetzt mal in die vorlagen zickzack linie und sehen daily zwar hier immer noch short vier stunde long stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long also die beiden märkte sind aktuell gedreht oder drehen sich und fangen an an zu gehen an zu steigen dow jones daily short vier stunde long stunde short 30 plus minus 15 long und 5 auch long also hier würde ich eher unentschieden sagen nächster markt ist s&p 500 daily short vier stunde long stunde short 30 long 15 long und 5 auch long leichte erholung hier technologie nasdaq daily short 4 stunde long stunde short 30 long 15 sind viel lang und 5 auch long also auch da leichte erholung kommen wir zu öl oder 90 48 daily long vier stunde long stunde long 30 short 15 short 15 short und 5 minuten auch short kommen wir zu gold daily long vier stunde long stunde long 30 long und 15 auch long und 5 minuten auch long und letzter markt zu unserer und wir haben aktuell eine trading range in der vorbereitung der vorbereitung ist dax 40 daily short 4 stunde short 4 stunde short 30 short 15 long und 5 minuten auch long und jetzt bereiten wir uns dann auf unsere trades vorab 9 uhr dann der kassamarkt eröffnet und wir haben aktuell eine trading range von 49 punkten das ist alles okay in den ersten 38 minuten 8 uhr 47 wir die falle hat zugeschnappt also wir haben jetzt die banding box und der erste trade heute am 7 februar montag der 7 februar 2022 wird ein big number trade werden so erste trade ist short zweite order liegt bei 15 207 und ab dann wird dann auf angepasst gedrückt 8 uhr 53 jetzt nehmen wir unser schloss schon mal raus ganz schnell gehen hier wenn wir 0,1 prozent haben dann können wir uns entscheiden dann den trade zu schließen die erste gestrichelte linie die erste gestrichelte linie im gewinn auch jetzt hier nochmal die möglichkeit auszusteigen 0,05 72 70 0,7 und raus tagesziel erreicht 0,10 das war auch denn der eröffnung straight und wer jetzt weiter zieht nach unten grüne linie ist die zielmarke ich habe mir jetzt erstmal kaffee und das war ein schöner auftrag hier zum wochenbeginn und verabschiede mich jetzt bei den youtube plan ja und wir können hier den trade normal mit der mit dem indikator gb oder history indikator dann könnte den trade hier noch mal auch auf der rechten seite betrachten und er geht jetzt durch dort ist also 1 2 3 4 5 ist der trade in den gewinn gelaufen wir machen im live trading rum weiter und verabschiede mich aber bei unserem video tagebuch